Auf ein neues Dungeon-Magnaton! Letztes Mal hatten wir Anlage 902, jetzt haben wir die Wahl zwischen Chris, der Kyris oder den Leunah-Sumpfen. Ich hatte ja versprochen, dass ich auch die Gruppen-Dungeons alle machen werde, dementsprechend jetzt die Leunah-Sumpfer. Scheiße auf die Teamsuche, rein da! Und los geht's! Die Leunah-Sumpfler Das war's für heute. 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 Das war's für heute.